Jetzt sind wir hier also auf dem weltbekannten Rummel. So, wer wird was aus dem Maul hier? Hier, guck mal, Bimbo, äh Bambi. Was kostet das? Was kostet der Spaß? Wechselautomat. Muenzen. Ein Euro. Ein Euro. Ein Euro. Soll ich mal versuchen? Ja. Okay. Wenn ich einen raus hole, dann verlose ich den. Großzügig heute. Ich hau die Kohle heute hier nur so raus. Also hier unten rein, richtig? Ja. Und jetzt? Du musst da anfangen. Hier? Ja. Oh, 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 hör mal die Musik. Du, 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 du. Nein, nein, das hab ich doch scheiße, was hab ich das gedrückt? Das wollte ich doch gar nicht. Er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn. Komm, 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 komm. Nimm ihn mit hoch. Das betrug. Ich hatte ihn genau an der richtigen Stelle. Oh, was? Ist da ein Zeitlimit? Ja, glaub ich. Jetzt, er hat ihn, komm, er hat ihn genau. Komm mal, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Das geht überhaupt nicht. Das gibt's doch wohl nicht. Das ist kaputt. Hab ich noch mal? Ja, ich hab's gemacht. Verhurt der, oh, ist es wohl... Schon wieder. Ich hab auch nichts gedrückt. Er hat ihn noch genau am Arsch. Er hat ihn genau... Guck mal, jetzt... Das ist ne Frechheit. Das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Kein Bock mehr, lass uns gehen. Okay. Also bis jetzt hab ich mich noch nicht erschreckt. Noch nicht? Nein. Ich bin jetzt noch so gemacht. Doch, ach, das bist du. Okay, ich dachte, das wäre... So, jetzt warte ich auf den ersten Schocker. Wir waren gerade in der Geisterbahn. Und es war mit Abstand. Die schlechteste... Was? Schmerzhafteste... Ja. Unfreundlichste Achterbahn... Nein, ich heiße nicht Facebook. Ich heiße Torge. Äh... Oh, was ist denn los? Oh, oh. Was können wir verwenden? Da kann man Misshandlungen unterschreiben. Das ist... Ja. Du bist cool. Ich bin ein bisschen überfordert. Ja. Ja. Tja. Leider unter 18. Okay, hier stinkt es. Ja. Ja. Ich hasse diese Geräusche. Ich muss jetzt einfach ein Entchen angeln. Ja, acht Stück. Acht Stück. In diesen schönen Korbocken. In diesen schönen Korb? Okay. Ganz egal welche. Können auch von hier vorne sein. Ja, wäre egal. Das geht hier auf die Punkte da unter. Ah, ah, ah. Jetzt verstehe ich. Welche Farbe da unter... Danke. Dankeschön. 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 Nach zwei Stunden Zeit hat er das kapiert. Ich glaube, ich werde hier gedisst. Jetzt hoch und schön zurückziehen und da reinfahren. Jawohl. Der Mann kann das... Was ist das hier? Glieder. Zwei Punkte. Zwei Punkte? Glieder. Zwei Punkte. Na ja, gut. Das ist natürlich... Ich sag mal, das ist noch verbesserungswürdig, oder? Grün. Drei. Grün. Drei Punkte. Ah, gut. So. Was ist es? Weiß. Weiß? Was ist denn Weiß? Einer. Ein Punkt. Ich glaub's wohl nicht. Nochmal grün. Och. Wie viele darf ich? Nein, ist doch egal. Wer merkt das ja... 16 Entchen. Okay, das ist nochmal lila. Es läuft noch nicht so. Kannst du mir die mal so einen Tipp geben? Ja. Auf den Tisch. Auf den Tisch. Danke für diesen... Danke. Ich mach mal ganz vorne. Den nimmt mich keiner. Weiß. Das muss auch so eine nehmen. Er wusste es die ganze Zeit. Hauptgewinn. Er wusste es die ganze Zeit. Drei. Und drei sind sechs, ne? Ja. Und das ist doch bestimmt mindestens so eine blöde Waffe. Prastik. Sechs? Da warst du 25 für. 25? Für ne Waffe? Und drei sind? Na, wie viele sind das? Was? Ich hab grad nicht gehört. Ja, ihr hört mir zu. Haare schneiden und ordentlich waschen. Was? Wer... Er sagt mir, ich soll die Haare schneiden. Guck dich doch mal an. Hallo. Hallo. Und wie viele haben wir? Gar gar nichts. Normal muss man viel mehr haben. Leider nichts gewonnen. Nichts gewonnen? Nicht mal einen Trostpreis, sonst gibt's doch immer... So schlecht, also nicht mal ein halbes Jahr alte Kinder. So schlecht war noch nie einer gewesen. So schlecht war noch nie einer gewesen? Das ist jetzt sechs Jahre lang, ne? So schlecht war noch nie einer. So schlecht war noch nie einer. So schlecht war noch nie einer. Eine Million Leute bestimmt. Aber so schlecht... Ich muss mal kurz angeben. So, was kostet der Spaß hier? 20 Cent. 20 Cent. Ja, das... Ich knall die Kohle heute nur so raus. Den hier, ne? So, raushauen. Hat sie doch gar nicht. Oh, Dosenwerf. Soll ich mal Dosenwerf machen? Drei Wurf 2,50 Euro. Alter Schwede, ey. Da wird ja aber anders, ey. So, wenn das jetzt nicht der Kracher wird, dann... Hallo? So. Hu, hu, hu. 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 Jawoll. Und nochmal. Sonst stehen wir wieder begegnen los. Was? Nein. Und einen noch. Aber ich hab noch zwei. Hast du schlecht gesehen? Einer aus der Kiste oder so ne Schlange aus? Oh, ne Schlange. Das ist 3D. Ist das ne Schlange? Hab ich gewonnen. Ja, das ist so ne Mischung aus Schlange und Schwert. Die kommen sich mal nicht anscheinend. So, jetzt kommen sie mal aufs Bild. So, jetzt gehen wir aufs Bild, ja. So, jetzt gehen wir aufs Bild, ja. Oh, da kommen wir da. Oh, da kommen wir da. Nehmen wir. So. Hallo? Ja, 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 boah. Zeig mal, zeig mal. Zeig mal, zeig mal. Zeig mal, zeig mal. Jetzt, jetzt, jetzt können wir schnell abbauen. Und ich merke, wie mein Herz racht, Baby, Herz racht heut Nacht. Mein Herz racht, Baby, und es hält mich wach. Mein Herz racht, Baby, Herz racht heut Nacht. Mein Herz racht, Baby, und es hält mich wach.